Hallo meine Lieben, heute gibt es leckere arabische befüllte Pizzen, leckere Teigtaschen mit Schafskäse und hier zeige ich euch, wie ich sie zubereite. Viel Spaß beim Video. So, jetzt werden die Babys schön zugelegt hier, damit ich noch weiter ruhen können und in der Zeit zeige ich euch jetzt mal, wie ich meine Teigtaschen befülle und zwar heute befülle ich sie mit Schafskäse. 45% Fett und werde sie vorher aber gut abtupfen mit einem Küchenkrepp, damit das nachher nicht zu nass ist. Also, und dann nehmen wir noch eins. Wir brauchen zwei Stück. Das sind jetzt unsere abgetupften Käsebällchen und alles, was ihr jetzt noch dafür braucht, ist einmal Petersilie und zwar eine ganze Handvoll, eine ganze Handvoll Lackpetersilie. Schön fein hatten, dazugeben und vorher aber die Käsebällchen gut bröseln. So meine Lieben, so sieht das Ganze aus. Nicht zu fein, nicht zu krümelig, aber auch nicht sehr grob. Also, so eine gute Mischung muss das sein. Dann gebt ihr die gehackte Petersilie mit rein, gleich einmal mit der Hand durchmischen, dann stellt ihr das zur Seite und wie wir den Teig zubereiten, das seht ihr in einem Video, das verlinke ich euch hier. Da habe ich den Teig einmal für euch komplett zubereitet und die Mengenangaben aber für den Teig zeige ich euch natürlich auch nochmal unten bei mir in der Infobox. Also, jetzt geht es erstmal ran an den Teig. Wir mähen jetzt die Arbeitsfläche ein wenig ein, habe ich hier schon vorbereitet und die Hände auch schön einmähen und dann geht es auch schon los. Schnappt euch ein Bällchen. Ungefähr teller groß rollen wir unsere Teigbällchen aus, geben ein Klecks Olivenöl in die Handflächen, verteilen das Ganze schön auf unsere Fläche und geben nun mittig unsere Füllung auf die Teigtasche oder auf die kleine Mini-Pizza, wie auch immer wir sie nennen möchten. Wer noch Lust hat und es sehr gerne mag, der kann auch sehr gerne noch ein bisschen Thymian mit hinzugeben, das schmeckt besonders lecker. Und jetzt zeige ich euch die einfache Technik, an den Seiten anheben und jeweils unten und oben zusammenklappen und die Ecken zusammendrücken. Fertig! So, und damit die Pizza auch ganz schnell fertig werden, ist übrigens ein ganz toller Party-Snack, schmeißen wir schon mal den Backofen an. Auf Ober- und Unterhitze 200 Grad ungefähr 25 Minuten das Ganze und so sehen die Teigtaschen aus, bevor sie in den Backofen gehen. Und die zweite Lage, also das zweite Blech, habe ich schon mal auf den Boden des Backofens gelegt, damit der Boden eine schöne Röstung bekommt. Ja, ihr Lieben, das duftet so herrlich, es macht richtig Spaß und es ist sehr lecker und ich freue mich, ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es einfach teilen möchtet, mir ein Like und vielleicht ein Abo da lasst, dann freue ich mich sehr. Und so sehen die aus, unsere leckeren Teigtaschen schmeckt besonders lecker, auch mit einem schönen schwarzen Teel mit Minze, herrlich orientalisch. Ja, ich wünsche euch guten Appetit, macht's gut!